Also es geht um ein altes Ehepaar, der Mann kommt nach Hause, die Frau sagt, du, der Wasserhahn tropft jetzt doch schon seit drei Monaten, würdest du es vielleicht einmal herrichten, sagt er, bin ich ein Installateur? Ja, ein paar Tage später sagt sie, du, Schatzi, weißt du, da oben im Schlafzimmer, diese Glühbirne da, wäre halt einmal zum Auswechseln, ja, wieder, ja, bin ich ein Elektriker? Ja, dann wieder einige Tage später, Schatzi, du weißt, der Gemüsegarten, der wäre jetzt also wirklich einmal zum Umstechen, damit das noch was wird, sagt er, ja, Gemüsegarten, ich meine, schau mich an, bin ich ein Gärtner? Ja, ein paar Tage später kommt er nach Hause, der Wasserhahn tropft nicht mehr, das Licht im Schlafzimmer brennt, der Gemüsegarten ist umgestochen, sagt er, was ist denn los? Die Frau sagt, naja, also, unser Nachbar war so freundlich, dass er das alles erledigt hat, sagt der Mann, ja, aber was hat er dafür verlangt? Sagt sie, naja, er hat gesagt, also entweder, ich soll ihm einen schönen Kuchen backen oder er wäre intim mit mir, sagt der Mann, aha, ja, interessant, ja, und, und, welchen Kuchen hast du ihm gebacken? Sagt die Frau, bin ich ein Bäcker? Sagt die Frau, bin ich ein Bäcker?